Die nächste Brückenbaustelle im Wittlicher Tal ist in Sicht. Während gleich an mehreren Stellen Bauwerke im Rahmen des ersten Bauabschnitts der B50 neu zwischen der A60 bei Wittlich und Platten errichtet werden, laufen die Vorbereitungen für neue Projekte. Zwar ist das Bauwerk angesichts der bereits heute zahlreich und noch sinnlos zwischen der Autobahn und Platten herumstehenden Brückenbauwerke nichts Besonderes, am 27. April aber erfolgt der Spatenstich. Damit werden die Arbeiten am neuen Abschnitt der Bundesstraße zwischen Platten und Longkamp offiziell losgehen. Neben Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee soll Ministerpräsident Kurt Beck und Verkehrsminister Hendrik Hering sowie weitere Ehrengäste an der Zeremonie teilnehmen. Die vorbereitenden Arbeiten für den Straßenbau haben bereits vor einigen Monaten mit Rodungsarbeiten begonnen. Nun kommen wärmere Tage und gleich vier Baustellen zwischen Platten und Longkamp werden in diesem Jahr angegangen. Bereits im Mai beginnt der Bau einer Wirtschaftsweg unter Führung in der Nähe von Platten. Rund 600.000 Euro wird der Bau kosten, der bis Mai kommenden Jahres abgeschlossen werden soll. Nur wenige hundert Meter weiter südlich werden vermutlich ab September bis voraussichtlich März 2012 die Talbrücken Biberbach und Wasserbaum entstehen. Nach Auskunft des Mainzer Verkehrsministeriums belaufen sich die geschätzten Kosten für die beiden Brücken im Bereich des Biberbachs und des Rachtiger Walds auf 17 Millionen Euro. Etwas kleiner fällt das Bauwerk auf der Südseite des späteren Hochmoselübergangs aus. Auf dem Moselsporn bei Grach beginnen im August die vermutlich bis Januar 2011 dauern den Arbeiten an einer Grünbrücke. Die soll 2,3 Millionen Euro kosten und den Wildwechsel ermöglichen. Insgesamt kostet der Abschnitt zwischen Platten und Longkamp 250 Millionen Euro. Später soll die Straße eine bessere Verkehrsanbindung des Hunsrücks und des Flughafens Harns Richtung Norden garantieren.